Ich möchte kurz meine Gäste vorstellen, vielleicht von meiner Sicht aus von links nach rechts, für Sie umgekehrt am Podium Dr. Stefan Schulmeister vom Wirtschaftsforschungsinstitut, Nico Yilch von Datum, der Zeitschrift, Franz Hörmann, Wirtschaftsprofessor von der Wirtschaftsuniversität und sein Co-Autor vom Buch Das Ende des Geldes, Ottmar Pregeter. Jetzt ist es ganz schön schwierig nach so einem Film irgendwie einzusteigen. Ich versuche es vielleicht mit einer bisschen provokanten Frage, Franz. Es waren hier viele Wirtschaftsprofessoren am Schluss zu sehen, von denen nicht alle wirklich sehr sympathisch rübergekommen sind. Jetzt bist du ein Professor, der an der Wirtschaftsuniversität jetzt nicht einer ist, den man für so Dinge verantwortlich machen kann, ganz im Gegenteil. Aber wie hat sich die Stimmung auch unter den Professoren verändert? Gibt es hier so etwas wie ein Schuldbewusstsein oder anders gefragt? Hat es das bei uns auch gegeben, dass hier völlig unwissenschaftlich, nur als eigenes Profitdenken, so Dinge propagiert wurden? Das hat es gegeben, das gibt es immer noch, das gehört einfach dazu. Also das ist ein Zustand, den wir jetzt nicht nur in Wirtschaftswissenschaften finden. Also dass Professoren an technischen Universitäten ihre Beratungsbüros, ihre Ziviltechnikbüros etc. haben, und dass Mediziner, primare Ärzte sind vom Privatgehen, das gehört alles dazu. Und je mehr, vielleicht ist das wirklich Problematische, je mehr im öffentlichen Dienst dann die Bezüge gesenkt werden, desto abhängiger werden dann die Jungen, die dann sozusagen nicht arbeiten müssen, als Wasserträger von den Profilorientierten, die dann meistens in der hierarchischen Leiter schon weiter oben stehen. Die müssen sich dann ausbeuten lassen. Das ist ein Schema, das wir kennen. Und wie gesagt, das ist nicht nur auf die Wirtschaftswissenschaften bescheint. In dem Fall macht es halt besonders betroffen, weil ja die Wirtschaftswissenschaften sozusagen im Bereich darstellen, wo sie sich die Werkzeuge für diesen Missbrauch selber schnitzen können. Also jede merkwürdige Aussage, die da so für die Politik und für die Lobbys gemacht wird, findet sich nicht nur in der kündigen Kasse derer, die sie gemacht haben, sondern auch als Schaden der Betroffenen, die dann unter diesen Dogmen und Ideologien leiden müssen. Das ist halt das wirkliche Problem. Ich möchte vielleicht beim Dr. Schulmeister weiterfragen. Es findet jetzt, während wir sprechen, das Wort Economic Forum in Wien statt. Da hat es gestern eine Demonstration gegeben, da waren glaube ich 300 Menschen. Die meisten davon hat man nicht unterschreiben können, was 1989 oder jetzt war. Es waren irgendwie Mao-Fahren und viele unterwegs und so. Das heißt, der Protest in Österreich ist da durchaus noch in alten Bahnen unterwegs. Aber was hat sich da jetzt durch diese Finanzkrise und diese Dinge, sind die bekannt in diesen Kreisen? Ist das etwas, worüber man spricht? Sie haben ja auch mit Politikern zu tun. Sie kennen auch die Szene. Hat sich jetzt was verändert? Wird das ernst genommen, hier zu regulieren? Oder ist alles wieder beim Alten, so wie es in diesem Film am Schluss rüberkommt? Ja, das kann doch jeder selbst beurteilen. Es ist offensichtlich so, dass nichts gelernt wurde aus der Krise, sondern im Gegenteil. Wenn man im Film gesehen hat, wie die Creditive-Fraud-Swaps verwendet werden zum Zweck der Spekulation. Und wir jetzt beobachten, dass erst nach der Krise Creditive-Fraud-Swaps zum ersten Mal verwendet werden, um gegen souveräne Staaten in Europa zu spekulieren. Und die Politik in Europa sieht so, wie derzeit zum Beispiel durch Spekulation mit Creditive-Fraud-Swaps, das Niveau der Anleihenzinsen für Griechenland bei 17 Prozent steht, was für die Grotesk ist, 11 Prozent für Irland, 9 Prozent für Portugal. Dann blickt die Politik eigentlich fassungslos einem Marktgeschehen zu, bei dem die Märkte als Subjekte begriffen werden. Der Markt urteilt über Staat und der Markt macht das. Und die Menschen als die Objekte, die sozusagen jetzt den Märkten ausgeliefert sind. Und auch nur sich die Frage zu stellen, was ist das für eine Marktwirtschaft, wenn es in den Nachrichten heißt, man zittert schon dem Öffnen der Märkte in Ostasien entgegen. Diese Frage wird halt nicht gestellt. Und daher glaube ich, wird sich die Krise vertiefen, und schon möglicherweise relativ bald. Und daraus kann ein Lernen erfolgen, aber wahrscheinlich eher nicht. Denn das ist letztlich, meine Meinung von mir, das Deprimierende an dem Film, dass er aus meiner Sicht zu sehr das Problem festmacht, bei einer gewissen moralischen Verkommenheit von Ökonomen, von Bankern und so weiter. Und daraus kann ich nun wirklich nichts lernen. Im Gegenteil, das ist deprimierend. Wenn das daran liegt, dass die Menschen heute sozusagen so schlechte Charaktere haben, und es nicht an einer ganz bestimmten Spielanlage liegt, die zu analysieren ist, zu ändern ist, dann wird die Mutlosigkeit eigentlich größer. Man kann eh nichts machen, und dann kommen auch keine Leute zur Demonstration. Da hätte ich kurz noch die Einwurffrage. Wenn man sich Mainstream-Medien anschaut, wenn man sich öffentliche Berichterstattung anschaut, dann haben auch immer viele Österreicher, ich habe es auch gestern gesehen, ich bin in dieser Demo mitgegangen, da schauen viele aus dem Fenster durchaus Arbeitermenschen, für die man einfach, die eigentlich betroffen wären, die hier mit sich enthören könnten, das aber nicht tun, weil die Meinung herrscht, auch von rechtspopulistischen, nationalistischen Parteien geschürt, zum Beispiel, die Griechen sind faul, sie haben über ihre Verhältnisse gelebt, und man hat den Eindruck, dass durchaus auch von politischer Seite, aber auch von Mainstream-Nachrichten, diese Stimmung nicht unerwünscht ist. Wie schätzen Sie das ein? Verstehen Sie die Politiker nicht? Oder wird es einfach nur falsch kommuniziert, oder verstehen Sie die Leute nicht? Zwischen Politik und Medien besteht eine so starke wechselseitige Abhängigkeit. Es ist nun einmal so, dass Politiker prüfen müssen, und da würde ich Sie sogar in Schutz nehmen, ein bisschen. Was wird denn die Corona-Zeitung schreiben? Komme ich mit dieser Botschaft rüber? Und damit fängt das Problem schon an, weil wenn ich wirklich mich einsetzen würde als Politiker dafür, dass zum Beispiel Spekulationen gegen souveräne Staaten in Europa beendet werden sollen, dann sind es Botschaften, die eben nicht so leicht rüber gehen, wie die Botschaft, die Griechen sind faul, ist aber schuld. Dass das eine Verführung ist für Politiker, ist klar, dass man ein Konzept haben müsste, dass man wissen müsste, wofür steht man, wie erkläre ich es den Menschen, ist die Grundvoraussetzung, und damit ich aber überhaupt ein Konzept entwickle, muss ich mir und meinetwegen meiner Partei, wenn ich ein Politiker bin, die Möglichkeit zu billigen, ja, man kann das verändern. Und es gibt eben selten Politiker, die diese Courage, diese Stärke haben, in einer Krise aufzustehen und sich gegen den, zum Beispiel medialen Mainstream, zu wenden. Meistens muss die Krise eben dann schon sehr verheerend sein. Einer meiner ganz wenigen Gurus ist der Herr Roosevelt, der hatte diesen Mut, den Rat der Ökonomen zu verwerfen, einfach zu sagen, ich als Politiker sehe ein solches Elend, das muss, da müssen wir was tun sozusagen. Aber das Tun hat geheißen, dass er eben nachgedacht hat, was kann er tun, dass er jede Woche im Radio versucht hat, dem einfachen amerikanischen Arbeiter, der Arbeiterin zu erklären, wie geht es weiter, er war ein Medialkünstler, hat einen einfachen Wortschatz geprägt und, 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 und. Aber das Wichtigste war, er hatte diesen Mut gehabt, auch sich zum Beispiel gegen die Reichen zu stellen, und das ist der Riesenunterschied zu Obama, von dem ich, wie viele andere, zutiefst enttäuscht bin, weil er eben, was menschlich verständlich ist, so ein Harmoniemensch ist, der möchte immer Kompromisse schließen, und der Roosevelt, der ist jetzt sozusagen aus der Aristokratie, oder Millionärsgesellschaft, von mir auch, der Roosevelt hat sofort erkannt, wenn mich die Reichen hassen, dann ist es gut, weil dann werde ich kämpflich für die kleinen Leute, wenn die Massenmedien ganz wütig in mich schreiben, also man könnte es auch anders wenden, man könnte auch mit der Bild-Zeitung anders umgehen, aber da braucht man halt schon eine gewisse Courage und auch Persönlichkeit. Ich möchte den dritten Gast hier am Podium einführen, Nico Jilch von Datum, Wirtschaftsjournalist. Du hast vor, ich glaube es ist jetzt drei, vier, vielleicht sogar noch mehr Wochen her, bei einer Club-2-Diskussion teilgenommen, wo du auch dem Klaus Liebscher gegenüber gesessen bist, und da hat es eine recht interessante Szene gegeben, da hast du, glaube ich, von Blasenwirtschaft gesprochen, versucht zu erklären, warum diese Blasen einfach systemimmanent immer wieder vollkommen, und dann gab es irgendwann das Kommentar vom Herrn Liebscher drauf, da wollen Sie vielleicht die Banken abschaffen, kann ich mich noch erinnern. Wie beurteilst du als jemand, der jetzt jung da reinkommt, also auch viel vom Protest wieder von Jungen getragen, wenn ich jetzt an Spanien, an Griechen umzudenke, aber wie geht es einem jungen Menschen, der sich mit dieser Thematik beschäftigt und in so einem Kreise sitzt, hast du dich da überhaupt ernst genommen gefühlt, oder was war da die Erfahrung? Ich glaube, dass die Sachen, die ich dort versucht habe anzubringen, auch wenn es der Herr Liebscher nicht gerne hören wollte, durchaus ernst genommen werden, derzeit auch dank, unter Anführungszeichen, der Krise, die viele Leute auf dieses Thema aufmerksam gemacht hat, alleine die Tatsache, dass wir hier heute sitzen, alleine die Tatsache, dass es diesen Film gibt, zeigte schon, dass sich da etwas getan hat, also 2.6. Da hätte man wahrscheinlich tatsächlich einen Film über die großartigen Möglichkeiten in der amerikanischen Immobilienwirtschaft gesehen. Er hat auch nicht gesagt, ich will die Banken abschaffen, er hat gesagt, ich will die Zentralbanken abschaffen, weil die Rolle der Zentralbanken wird absolut ausgeklavert, in jeder Diskussion und deren Rolle bei der Geldproduktion. Und auch hier in diesem Film, den ich sehr gut finde, ist die Frage des Geldsystems, von dem auch die beiden Kollegen zu meiner Rechten sehr gerne reden, absolut zu kurz gekommen. Also beispielsweise die Frage, es hat geheißen, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der großen Depression, hat es 40 Jahre Aufschwung und keine Blasenbildung von Stabilität gegeben in Amerika. Und es ist nicht die Frage gestellt worden, warum war das so? Warum war es nachher anders? Es ist stimmt, dass durch die Deregulierung, die nach den 80er Jahren gekommen ist, da wurde unglaublich viel Schindluder getrieben. Island war sozusagen die Spitze des Eisbergs. Aber das Geldsystem hat sich verändert in dieser Zeit. Wir hatten eben von dem Zweiten Weltkrieg an bis 1971 das berühmte Bretton-Wood-System, wo der Dollar noch eine letzte Bindung an das traditionelle Geld der Menschen, ans Gold gehabt hat. Diese Bindung wurde aufgelöst und seitdem ist die wahnwitzige Inflationierung losgegangen. Und das ist mein Argument, dass im Endeffekt das wahnwitzige Gelddrucken schuld ist an der Blasenbildung und dann platzt die Blasen, wenn man die Zinsen ist eigentlich so. Das ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, da kann ich auch gleich den vierten Gas zum Podium gut in die Diskussion bringen. Ich muss auch gleich dazu sagen, wenn es dann hoffentlich entsteht, dass wir nicht nur ich Frage stelle, Antwort, sondern wir auch durcheinander diskutieren, wie es geplant ist, dann einfach ich sagen, weil wir haben leider nur zwei Mikrofone. Also einfach mich anstupsen. Ottmar Tregeter, der Nico Yild hat gerade vom Geld gesprochen, die Geldschöpfung, aber überhaupt unser Geld ist ein zentrales Thema auch in eurem Buch. Ich würde es aber trotzdem ganz gerne jetzt noch einmal kurz erklären, weil es sicher Leute gibt jetzt, zum ersten Mal hier sind, bei so einer Diskussion, das Buch vielleicht nicht gelesen haben, inwiefern ist denn unser Geld, so wie es geschöpft wird, so wie es verwendet wird, auch mit Schuld an den Krisen und an dem, was in der Weltwirtschaft schief war. Naja, das Geldsystem ist eigentlich die Autorsache und ich wundere mich, dass also nicht die Wirtschaftsforscher, ganz egal bei welchen Institutionen oder auf welchen Universitäten, auf das, was sich der Franz immer bezieht, nämlich auf das Universitätsgesetz und also für die Menschen da draußen zu forschen, die immer sehr Genüge tun. Also ich höre von kaum einen Universitätsprofessor irgendwelche Repliken über die Geldschöpfung, die nicht bei den Zentralbanken passieren müssen, sondern 98% des Geldes wird in den Geschäftsbanken geschöpft. Vielleicht, um die Dramatik noch ein bisschen zu steigern, ich glaube, es war ja vor zweiteren Wochen in der Presse, ist ein manchmal immer so recht bustige Mitteilungen und ist inzwischen in den Zeilen gekommen, dass der Herr Trichet meinte, er hat nicht Angst um das Bankenseite, sondern Angst um die Schattenbanken. Also das heißt, alle Hedgefonds, alle, die noch dahinter stehen, er meinte, ich weiß jetzt nicht, ob die Ziffern stehen, ich habe es jetzt nicht überprüft, also die Bankbereitssumme der amerikanischen Geschäftsbanken seien 13.500 Milliarden Dollar, also das Dieb ist ungefähr 15.000 und die Schattenbanken seien schon über dem amerikanischen BIP. Also das heißt, wir reden ja nicht darüber über das Geldsystem der Geschäftsbanken, sondern dahinter ist im Schatten noch eine viel größere Papel, über die überhaupt keiner redet und keiner schreibt und da muss ich also wirklich sagen, werden eigentlich die Wirtschaftsforscher, ganz egal wo sie sitzen, in der Pflicht. Vielleicht lassen Sie mir noch ein bisschen was sagen zum Film, ob jetzt Goldman Sachs so verwoben ist mit dem Finanzminister, mit Obama, zum Schluss ist mir das Wort gefallen, wir haben ein Wall Street Government, was stimmt, wir haben auch eine Wall Street EZB, denn der Nachfolger von Herrn Trichet ist auch ein Goldman Sachs Mann. Also wir brauchen da gar nicht weit herum lamentieren, er wird von allen hoch gelobt, und wir haben dasselbe als auf der EZB-Ebene. Wir wundern uns also, wieso nicht wirklich irgendein Regierungschef, ich bitte mich zu entschuldigen, also von Österreicher Wort immer da gar nichts, aufsteht und also sagt, wir wollen einen kleinen goldenen Sachsen an der Spitze der EZB haben, weil wir das haben gesehen, von der Wall Street, wie das wirklich abläuft. Vielleicht noch zur Verschärfung der Sprache, da gibt mir Herrn Schulmeister natürlich völlig recht, da halten sich die österreichischen Politiker, ganz egal in welchen Kammern, sie sitzen ja nicht zurück. Ich erinnere nur, der Herr Leitl meinte, man muss Griechenland unter Kuratel stellen, also auch hier sehr populistisch, und reitet also auch diesen, sag ich einmal, Kamel-Tremerzug an. Zum Schluss vielleicht noch, bevor wir dann schon einsteigen ins Geldsystem, das wäre eigentlich mein wichtigstes Anliegen heute, damit wir da also wirklich ein bisschen drüber debattieren. Ja, ich erwarte mir von der Politik sehr wenig, so wie Sie auch hier gesehen haben im Film, es hat sich nichts geändert. Es gibt diesen schöner englischen Ausdruck, The Window of Opportunity, das wäre meines Achtens gewesen, von Lehmann, also September 2008 bis Mai, Juni 2009, dann war es ja angeblich schon wieder vorbei, ist natürlich Null passiert. Wenn Sie sich erinnern, was hat es geheißen, nach den Bilanzierungsregeln, die geändert wurden innerhalb von zwei Wochen, von der EZB, wo jede Bank also ihre eigenen toxischen Papiere bewertet, die natürlich auch noch nie öffentlich debattiert wurden, so wie es auch vor drei Uhr geheißen hat, dass er so hier endlich einmal durchgegriffen hat, und ich erinnere nur, dass man auch gesagt hat, man wird eben eine europäische Rating-Agentur schaffen, ist natürlich auch nichts passiert. Vielleicht noch ein Detail am Rande, das in viel mit nicht war, betreffend Rating-Agenturen, was auch zeigt, dass natürlich die Regierung in den Vereinigten Staaten natürlich eine Wall Street-Regierung ist. Bei dem neuen Gesetz zur Änderung, also der Regulierung, oder ein bisschen Regulierung, war der erste Vorschlag der, dass die Rating-Agenturen als Experten behandelt werden. Wenn Sie als Experten behandelt werden, dann müssen Sie haften für das, was Sie sagen. Die Lobby hat das Ihnen von zwei Wochen wieder rausverhandelt, und wie Sie hier gehört haben, öfters in den Interviews, also da muss man wirklich schallend lachen, dass alle sagen, das sind ja nur Meinungen. Jetzt muss man sich vorstellen, diese Meinungen, so eben all diese Spreads, Meinungen, also von ihren Themen, die nicht einmal die Schlüssel kennziffern, wie sie zu diesen Meinungen kommen, offenlegen, und dann orientiert sich, die gesamte Politik läuft hinter der Befindlichkeit der Emotionen, der Finanzmärkte hinterher. Ich möchte, ich darf noch etwas dazu sagen, der Ausdruck Opinion, in dem Fall Audit-Opinion, findet sich bitte völlig deckungsgleich, auch was die rechtliche Wirkung mit Haftungsausschluss und Co. betrifft, auch bei den Abschlussprüfern wieder. Sämtliche Banken, die von der öffentlichen Hand von Steuerzahlen gerettet wurden, hatten teilweise nur 14 Tage, bevor die dem eigenen Finanzminister gestanden haben, dass sie bankraut sind, Jahresabschlüsse und Quartalsabschlüsse mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken. Kein einziger, auch nur ein eingeschränkter Vermerk. Und da hat es eine wunderbare wissenschaftliche Arbeit darüber gegeben, der hat ja auch publiziert wurde, wo allerdings eine hochsignifikante Korrelation zwischen der Höhe des vernichteten Vermögens und dem Honorar für den Abschlussprüfer herausgekommen ist. Jeder kann sich jetzt dazu dann denken, was er selber will. Ich orte zu meiner Linken das Bedürfnis, zum Thema Griechenland noch was zu sagen. Ganz kurz, auch als Journalist, Medienmann, Kronenzeitung, Österreich, Parteien links und rechts, die das Griechenland-Thema aufbringen. Ich habe das nämlich auch völlig unbewusst im Club 2 gesagt, die Griechen haben über ihre Verhältnisse gelebt. Das ist ein unglaublich gefährliches Argument, auf das muss man sehr aufpassen. Weil was passiert denn jetzt? Wir sind unser Schuldenstaat, ist also nicht sonderlich weit von dem von Griechenland entfernt. So zu tun, als würden wir auf dem Hohen Rost sitzen, nur wenn wir jetzt für die zahlen dürfen, ist also absolut fatal. Dieses Argument kann man dann, soweit es mal kultiviert ist, und im Mainstream verwendet wird, ganz schnell auch gegen die Menschen in Deutschland und in Österreich verwenden. Das möchte ich noch dazu sagen. Da bleiben wir vielleicht kurz auch bei diesem Thema. Wenn man jetzt diesen Film sieht, oder jetzt, Herr Dr. Schulmeister, an das denkt, was momentan passiert, auch was in den Mainstream-Medien über das Thema Griechenland geschrieben wird. Heute war ein Artikel über Fiona Swarowski, die fühlt sich in Österreich extrem schlecht behandelt und will nie wieder in dieses Land zurückkehren, weil alles furchtbar gemeint, so ja sind. Und dann merkt man schon irgendwie von den Menschen, die Menschen, die dieses Land tragen, weil sie hier arbeiten, und zwar wirklich jede Woche ihre 40-Stunden-Jobs, durchaus so auch eine Schadenfreude oder das Bedürfnis, einen Sündenbock zu suchen. Und es hat, glaube ich, schon vor 100 Jahren Silvio Gesell gesagt, am Ende dieses Geldsystems steht der Bödensträger und der Nationalismus. Sie als Wirtschaftsforscher hat die Frage, wie gibt es denn da jetzt noch einen Weg raus, beziehungsweise was muss, was kann passieren, dass das nicht böse endet, vielleicht beginnend im südlichen Europa? Was hat die Politik für eine Chance? Ich meine, es gibt grundsätzlich immer zwei Ansätze. Der eine ist eher der sehr Evolutionäre, der sozusagen die Probleme versucht abzuarbeiten, die heute da sind und sozusagen vom einen Problem zum nächsten sich voranarbeitet. Das war ein bisschen die pragmatische Haltung in den Wirtschaftswissenschaften von Herrn Keynes und in der Politik in den 50er, 60er, 70er Jahren. Und ich bekenne, dass ich eine große Präferenz für diese Haltung habe. Die andere ist sozusagen die grundsätzliche Haltung, also sozusagen zunächst einmal von einer besseren Welt im Ganzen loszudenken, neues Geldsystem und, und, und. Das ist sicher nützlich und ich würde gerne über den Begriff des Geldes vielleicht ein andermal diskutieren, wenn es um die Frage geht, was kann man konkret tun in Europa, um zu verhindern, dass Rechtspopulisten mit einer Verschärfung der Krise sozusagen ihr politisches Kleingeld kassieren. Und das ist immer in einer Krise der Fall. Weltwirtschaftskrise war besonders gravierend und daher der Antisemitismus als sozusagen eine Form von verheerenden Schindenbock eben offensichtlich erfolgreich in Deutschland und Österreich. Jetzt ist es halt der Islam mit seiner ganzen Allgemeinheit für die Gottes. Ja, wie kann man das verhindern? Ja, ich neige eher zum Hausverständigen. Das würde das bedeuten. Was kann man konkret in Europa machen? Ja, aus meiner Sicht als erstes müsste man das Zinsniveau in den Griff kriegen. Die Märkte dürfen die Zinsen nicht bestimmen. Warum? Weil die Zinsen, die jetzt bestimmt werden, extremst unternehmerfeindlich sind und die Staatsverschuldung erst eigentlich der Reflex dessen ist, dass das kapitalistische Werbleben nicht mehr funktioniert. Banal gesprochen, die Kernenergie im Kapitalismus ist das Profitstreben und wenn das gelenkt wird auf unproduktive Tätigkeiten, also lass dein Geld arbeiten, mach aus Geld mehr Geld, was wir alles heute gesehen haben, dann kann das System nicht funktionieren. Wenn aber die Spielanlage so geändert wird, dass sich das Profitstreben im Wesentlichen nur durch realwirtschaftliche Aktivitäten auch schädliche Umweltbelastung zunächst einmal entfalten kann, dann passiert zunächst einmal Wirtschaftswachstum. Also jetzt extrem formuliert zwischen der Spielanordnung in China und der Spielanordnung in Österreich und Deutschland in den 50er, 60er Jahren besteht erstaunliche Ähnlichkeiten nicht. Die beiden Preise, die zwischen der Real und Finanzphäre vermitteln im Raum der Wechselkursen der Zeit der Zinssatz sind eben den Märkten entzogen worden. Das heißt, diese Fundamentalpreise werden nicht vom Markt gebildet. Das ist einmal ein erster Ansatz. Daher habe ich erst vor ein paar Tagen im Standard geschrieben als ein dritte Europäischer Währungsfonds. Das ist aber noch überhaupt nicht ein neues Geldsystem, sondern das ist einfach abgekupfelt von den USA, wo ich sehe, okay, die amerikanische Notenbank versucht, mit allen Mitteln das Zinsniveau niedrig zu halten, was ich im Prinzip richtig finde, in der jetzigen Situation mit ihren Aufkämpfen von Staatsanleihen. Das kann die EZB nicht, müssen wir uns was anderes einverlusten. Also das ist nur andeutend meine eher sehr sozusagen pragmatische Ansatz. Pragmatisch ist euer Ansatz nicht unbedingt. Kann ich vielleicht kurz das als Gegenentwurf, also Dr. Schulmeister meint Step by Step pragmatisch das machen, was machbar ist und wie wird das bei euch aussehen? Ja, also Gegenentwurf, wir kümmern uns um die Zeit nach dem Big Bang und versuchen möglichst wenig Energie auf das Bestehende zu lenken, weil je mehr man darüber nachdenkt, was im Bestehenden und vor allem auch von wem aus welchen Gründen falsch gemacht wurde, umso schlimmer werden dann die Emotionen und das ist weder hilfreich, da leistet man dann eben nur kontraproduktiven Gruppenvorschub noch, wenn man so emotionalisiert ist, hat man dann auch gute Ideen, meiner Meinung nach. Also wie mir die Galle überläuft, jedes Mal, wenn ich so etwas ernst nehmen müsste, wie das heute, da könnte ich nicht mehr denken. Deswegen habe ich mich von dieser Entwicklung und ihren Kausalmodellen und Zusammenhängen komplett ausgeklingt und versuche im Geist zusammen eben mit meinem Freund und Kollegen und etlichen anderen Wissenschaftlern, die da endlich schon denken, mir einfach den gesamten Potenzialraum vorzustellen, was Wirtschaft und Gesellschaft eigentlich bedeuten kann. Wenn ich sage, welche Technologie haben wir, was wissen heute Hirnforscher, wie Glück entsteht, was bedeutet eigentlich Wissen, menschliches Potenzial und Fähigkeit, womit belohnen wir uns, mit welchen Tätigkeiten aufgrund der Hormonausschüttungen etc. Und dann können wir immer noch überlegen, ob wir so etwas wie Geld überhaupt haben wollen. Wenn wir es haben wollen, dann müssen wir uns sehr genau überlegen, ist es ein Nullsummen oder ein Nicht-Nullsummenspiel, wie können wir verschiedene Rechnungskreise konfigurieren, für absolut notenlebenswichtige Dinge, für Anreizsysteme im Luxusbereich, für ein eigenes System, für Forscher und so weiter. Da gibt es dann so viele Möglichkeiten und Vermittlungen, dass ich dann nämlich sagen würde, und das ist jetzt die Konklusio, dieser lange, lange Nachdenkphase, ich will gar nicht ein bestimmtes System vorschlagen, wo ich sage, von dem nehme ich an, dass es besser ist und vielleicht sogar ein optimales, sondern was ich mir wünschen würde, wäre ein Baukasten für beliebige Geldsysteme für eine demokratische Gesellschaft, wo nämlich mehrere Geldsysteme gleichzeitig existieren können und die dann auch von der Gesellschaft weiterentwickeln können. Denn ich glaube, es geht nicht darum, eine Spielregel für die Gesellschaft in der Zeit einzufrieren, also Musterbeispiel Kommunismus, Kapitalismus, was auch immer und das hochzuhalten mit Beständen, weil die Menschen verändern sich, die Natur verändert sich, alles verändert sich. Was wir brauchen ist sozusagen eine Meta-Regel, eine Regel, wie verändern wir das System und zwar vertrauensvoll, transparent, in Frieden, in Kooperation und Verständnis, weil das ist es, was uns langfristig in der Gesellschaft die Sicherheit gibt. Es werden immer Dinge passieren, die auch die glücksten Köpfe nicht vorhersehen können. Wenn wir aber dann wissen, dass wir in Kooperation ein neues System gestalten können, wenn wir das aus der Erfahrung schon gelernt haben, kooperativ ein neues System zu gestalten, gibt uns das die Sicherheit und nicht ein stades bestehendes System. Ich darf die Frage an den Nico, die Frage, das Thema an den Nico weitergeben, das System, können wir das verändern? Glaubst du daran, was der Professor Hörmann hier sagt, dass das plausibel ist oder wie sieht dein Entwurf aus? In diesem Spannungsfeld, man hat es gestern wieder gesehen, auf der einen Seite, hat man keinen Eindruck, es gibt nur die Frage zwischen dem, was in dem Film ist oder dem komischen Mauer fahren. Was ist dazwischen? Also ich meine, ich habe jetzt sicher keinen persönlichen Entwurf, da gab es schon viel gescheitere Menschen, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben und unterm Strich kann man wahrscheinlich bei Geldsystemen unterscheiden zwischen denen, die entstehen, weil sozusagen auf dem oft gescholtenen Markt entstehen, weil die Menschen ein Gut brauchen, das sie nutzen, um Tauschhandel zu vereinfachen, oder ein Geldsystem, das sozusagen von wirklich den Mächtigsten gemeinsam geplant wird, wie beispielsweise das Bretton-Root-System, das ich vorher genannt habe, also ich habe das jetzt nicht als Idealbeispiel genannt, das war sozusagen das letzte, was uns übrig geblieben ist von dem Geldsystem, das wir erst im 19. Jahrhundert hatten. Ich wünsche ihm viel Glück, dem Herrn Professor Hörmann, absolut, jede Form von Geldsystem, da bin ich also absolut dabei, soll ausprobiert werden. Ich bin der Meinung, dass die Menschen die Freiheit haben sollten zu wählen, überhaupt in allen Bereichen des Lebens, nicht nur beim Geld, aber da war es mir sehr wichtig. Ich persönlich, und ich weiß, dass das bei vielen Menschen eine, aus irgendeinem Grund, den ich noch nicht ganz rausgefunden habe, ein bisschen eine Abbehaltung aus, ich glaube, wir werden zu dem Geld zurückkehren, das wir schon immer verwendet haben, und in Wahrheit immer noch verwenden, das habe ich schon gesagt, das wird das Gold sein, auch in einem freien Markt, in einem freien Geldsystem. Lass ihn doch mal aus, dann kann man später so den Kopf schütteln. Ich rede jetzt, muss ich jetzt schon dazu sagen, das hat der Herr Professor Hörmann vorher extrem schnell abqualifiziert, er hat gesagt Big Bang, also was er mit Big Bang meint, ist der komplette Zusammenbruch des derzeitigen Systems, so wie wir es jetzt haben, eine Welt, die wir uns heute in unseren Künstlendräumen nicht vorstellen können. In dieser Situation gehe ich prinzipiell davon aus, weil es halt immer schon so gewesen ist, dass die Menschen dann Gold und Silber kaufen werden und nicht unbedingt in Papierwährungen stürzen werden, wenn sie es kaufen dürfen, wenn sie es ihnen verbietet, dann haben wir die rote oder die rote Fahne mit dem Siegel oder die andere rote Fahne mit dem Hakenkreuz. Also das wäre sozusagen mein Ansatz. Wie gesagt, das ist ganz wichtig, wenn wir jetzt hier diskutieren über die derzeitige Lage, wir haben gerade gesehen, es hat sich eigentlich nichts verändert, dieselben Probleme, die wir vorher hatten, sind immer noch da, sie haben sich sogar vergrößert, sie haben sich wahrscheinlich sogar seit der Krise durch massive Interventionen seitens der Regierungen massiv vergrößert und es ist nicht davon auszugehen, dass das jetzt funktioniert. Also das ist vielleicht das Einfachste zu sagen, ja, wenn wir nachher die Menschen nicht zum Gold rennen, dann bitte, dann haut es mich nicht. Es ist halt sozusagen eine historische Beobachtung. Aber die Krise ist sicher nicht vorbei und sie wird sich weiter verschärfen und wenn dann der Big Bang kommt, dann werden solche Ideen eine Möglichkeit bekommen, vielleicht. Zum Schock schütteln, wer mag das erst? Es ist für mich halt unendlich schwierig zu sagen, ich lasse einmal alles zusammenkrachen mit dem, was bis dahin passiert, welche Millionen Menschen da leiden, damit kann ich mich nicht beschäftigen. Ich beschäftige mich nach dem Totalzusammenbruch, wie man die Welt neu ordnet und da schlage ich ein Baukastensystem vor von verschiedenen Geldsystemen. Ich muss ehrlich sagen, als sehr konkret denkender Mensch fange ich damit überhaupt nichts an. Ich möchte wissen, wie gehen wir mit der Arbeitslosigkeit in Europa um? Wie gehen wir um, dass die jungen Menschen immer mehr atypische Jobs haben? Wie gehen wir damit um, dass einzelne Länder sozusagen an der Grenze der Zahlungsunfähigkeit sind? Sollen wir das Bankrot gehen lassen? Welche Folgen hat das? Gibt es andere Lösungen? Mir kommt das eigentlich, also ich finde dafür, weil ich bezahle, dass ich versuchen soll, wenigstens so gut ich kann, Vorschläge zu machen, die eine gewisse Nützlichkeit entfalten. Ich habe gar nichts dagegen, über das Wesen des Geldes und ähnliche schöne Fragen nachzudenken. Mache ich übrigens auch, weil das sehr wichtig ist, nämlich auch gerade, wenn man sozusagen handfeste Vorschläge macht. Aber ohne diese Probleme anzusprechen, was Konkretes auf den Tisch zu legen, tue ich immer relativ schwer. Deswegen habe ich auch das Apokalyptische nicht so gern. Es gibt dann immer eine intellektuelle Tradition, die entweder ein goldenes Teitalter verspricht, wenn alles ganz anders wird. Zum Beispiel, da gibt es ja Spezialisten für Kooperation, die uns jetzt erklären, dass eigentlich Konkurrenz eher etwas Schlechtes ist. Tun wir alle nur mehr kooperieren, sind wir lieb zueinander, dann wird ihr eine viel bessere Gesellschaft zustande bringen. Ja, so wie es ein Propheten hat es immer gegeben, wenn man das versucht hat umzusetzen, ist das meistens erstaunlicherweise sehr schlecht ausgegangen. Ich habe eine gewisse Präferenz dafür, zu sagen, der Mensch ist von sich ein so widersprüchliches Wesen und wenn ich ein Konzept immer beide Bode berücksichtige, natürlich Konkurrenz und Kooperation, natürlich Markt und Politik, dann wird es nicht funktionieren. Und dieses, die Polarität und integrieren mit den Widersprüchen Leben, das führt nie zu optimalen Lösungen. Das führt zum Leben, wie es eben ist. Ein Kurvenbad, wo man sich weiterhandelt, nur wenn man es wenigstens sozusagen mit einem gewissen Anstand macht, wie eben große Menschen wie der Herr Keynes, dann haben sie Vorschläge gemacht, die immer für 30 Jahre Vollbeschäftigung, Sozialstaat, ein einigermaßen gutes Leben ermöglicht haben. Und wenn ich nur ein Millionstel davon vorschlagen könnte, für die nächsten 20 Jahre, nicht für noch einen Untergang, dann wäre ich ein bisschen froh. Das stimmt. Das ist die Frage, die Analyse des Apokalisierens, um dieses Wort zu erfinden, das es, glaube ich, nicht gibt. Wie geht es dir damit um? Ja, ich möchte vielleicht den Ball oder den zurückspielten Herrn Schulmeister. Ich habe auch in einem Artikel gelesen vom Standort, wo ich gerade schon ein paar Kritikpunkte habe, die ich so anbringen möchte. Aber das, was mir bei Ihnen wirklich fehlt, ich schätze Sie sehr, und ich muss wirklich so 90 bis 95 Prozent, ich habe auch Ihr Buch gelesen, also teile ich Ihre Ansicht in vielen Bereichen. Das, was mir wirklich fehlt, und da meine ich jetzt wirklich, ich sage einmal, quertenkende Wirtschaftsforscher, da würde ich Sie dazu zählen, wenn ich das so sagen darf. Dazu würde ich zählen, einen Heiner Flassbeck, den Chefekonomter Ungtakt, den Markus Materbauer und vielleicht mit Abstrich noch den Herrn Bofinger, der beim Sachverständigen gerade auf einsamen Plätzen irrscht, unter Anführungszeichen. Aber bei all diesen Ökonomen, und das muss ich Sie mit einschließen, fehlt mir eine fruchtende Debatte über das derzeitige Geldsystem. Also wenn wir nicht über das Geldsystem sprechen, dann ist alles andere meines Erachtens Mankulatur. Sie können über Kaufkaufbaritäten und Wechselkurse sprechen. Da muss man gleich nachfragen. Milton Friedman hat ja gesagt, der Wechselkurs schaffte dann die Ressourcenallokation. Also wenn der freie Wechselkurs seit 1971 eingeführt wurde, gibt es ein Handelsbilanzdefizit von 8000 Milliarden Dollar der USA. Also wo hier der Wechselkurs noch irgendwas ins Gleichgewicht bringt, obwohl das in jedem Lehrbuch steht, weiß ich nicht. Kommen wir zum Geldsystem. Vielleicht die, die jetzt nicht öfters hier gewesen sind. Das Geld wird nicht von der Zentralbank gedruckt. Ich würde wirklich alle Journalisten bitten, das Volk nicht zu verdummen. 98% des Geldes, die 2% sind die Mindestdeserve, wird von den Geschäftsbanken durch eine einfache Buchung Forderung an Schulden erzeugt. Nachzulesen bei der Schulbroschüre der Deutschen Bundesbank Geld und Geldpolitik unter dem Kapitel Geldschöpfung. So, jetzt daraus ergeben sich ein paar Schlüsse. Erstens, die Welt oder eine Volkswirtschaft kann sich nicht verschulden, weil wenn auf der rechten Seite die Schulden steigen, steigen automatisch auf der linken Seite die Vorrahmen. Also das Vermögen. Das, was wir jetzt erleben, ist genau dieser Prozess mit Griechenland. Also ein Land wird durch Finanzmärkte, da habe ich dann zwei Vorschläge, wie man das mit zwei Sätzen sofort beenden kann, hinaufgeprügelt in die Schulden und wer hat denn dann die Forderungen? Und die Forderungen sind natürlich in den Bankbüchern. Also das heißt, die deutschen Banken sind natürlich die Gläubiger. Auch heute wird er nachgestanden, die deutschen, französischen, italienischen Banken sind natürlich die Gläubiger, die Griechen. Und es geht ja um diese Banken und eigentlich weniger um die Schulden. Also hören wir doch auf, darüber zu reden, die Schulden, Schulden, Schulden. Es gibt immer auf der linken Seite ein Vermögen und das sind eben jene, die den Exekutionstitel in das Vermögen des Volkes, der Unternehmen haben. Lassen wir jetzt mal den Zins außen vor. Wenn wir jetzt hernehmen, einen Kredit wird ausgegeben, 100 zu 100, so ist der Zins durch nichts in der realen Ökonomie zu verdienen. Also auch immer wieder die Formel, und das wäre jetzt auch ein Punkt, wo ich Sie bieten würde, Herr Schulmeister zu antworten. Also wenn der Wachstum höher ist als der Zins, auch da können Sie den Zins in der Geldmenge nicht verdienen. Aber vielleicht können wir dann über diesen Punkt noch später genauer hingehen. Das wäre also das derzeitige Geldsystem und das müssen alle mal verstehen. Und was danach kommt, wie das System crashen wird, das kann man ja jetzt eins zu eins sehen. Nehmen wir nur her, wie so Griechenland so niedergefahren wird, verstehe ich nicht. Also wenn ich eine Volkswirtschaft hernehme, und die Ziffern kennen Sie sicher auch, Herr Schulmeister, dann ist ja die Gesamtverschuldung aller Wirtschaftssektoren entscheidend. Also die Staate ist, der Privatunternehmer, der Haushalte. Die ist in Amerika ca. das Vierfache des BIB, also 3,8 oder 3,9, das ändert sich ja täglich. In Griechenland ist es anwiegend die Hälfte davon. Es sind nur die Staatsschulden viel höher. Aber die Verschuldung aller Sektoren ist in den Vereinigten Staaten fast das Doppelte. Kein Mensch spricht natürlich, da kann man jetzt wieder über die Medien sprechen, über diese Ziffern. Also das heißt, wir glauben, oder wir sind der festen Überzeugung, dass eben genau die Wirtschaftsforschung, aus welchen Gründen auch immer, nicht über das Geldsystem sprechen. Nur noch kann ich Ihnen jetzt eine nette Anekdote erzählen. Der Franz und ich waren glaube ich im März, April 2009 bei der Tagung der österreichischen Nationalbank in der Aftermath of the Crisis. Da waren also alle OECD- und IWF-Ökonomen da geleitet von Herrn Nowotny und dann hat auch ein Herr Eiginger dort gesprochen und der Franz hat sofort kritisiert und hat gesagt, das Einzige, was Sie nicht ansprechen, ist das Geldsystem. Dann hat der Eiginger gesagt, I don't want to discuss this von der Bodl herunter, im besten Hauptschulenglisch, was mir ein bisschen dann zu denken gegeben hat. Also wenn Wirtschaftsforschungsinstitute es verboten ist, über das Geldsystem zu reden, dann brauchen wir über Zins und über Währung und gar nicht mehr Sprechen. Zu kurzem Erklärung noch ad hoc, warum Zinsen, also der Trick oder das Problem ist im Prinzip immer das Gleiche. Wenn man sagt, Wirtschaftswachstum, sobald es größer ist, kann man damit die Zinsen zahlen, macht man genau den Fehler. Und deswegen rede ich auch ich als Rechnungswesen-Professor über diese Dinge. Es gibt viele, die mich angreifen und sagen, die kennen sich ja in Volkswirtschaftslehren nicht aus. Dann sage ich, das brauche ich nicht, weil die Volkswirte kennen sich beim Geld nicht aus. Geld existiert nämlich nicht, sondern es steht durch einen Buchungssatz und für Buchungssätze bin bitte schön ich zuständig vom Rechnungswesen. Wenn ihr nicht einmal wisst, so wie viel zahlen ihr habt, mit denen ihr rechnet, dann fragt ihr halt die, die sich da auskennen. Denn die Krux ist ja, wenn ich wirklich Geld hätte, das ich verleihe, wäre das ein Aktivtausch. Da wird meine Kasse weniger und ich buche die Forderung aus und die Bilanzlänge bleibt unverändert. So wird wirklich Kredit verliehen. Das ist Geld, das schon da ist. Aber Geld, Gänsefüßchen aus Luft zu schöpfen, über eine Bilanzverlängerung, also Forderung an Verbindlichkeit, ist deswegen so interessant, weil damit sämtliche Banken, seit sie so vorgehen, gegen ihre Kreditverträge verstoßen. Eine Verbindlichkeit ist nämlich das Eingeständnis, noch nicht geleistet zu haben. Und mit einer Nichtleistung, eine Forderung, eine Verzinsung und eine dimmliche Besicherung zu begründen, ist einfach haarsträubend. Und dass das die menschliche Gesellschaft sich bieten lässt, ist ein Politikum. Und das wird auf den Spruchbändern demnächst, in allen Hauptstädten Europas stehen. Und dann haben wir ein anderes System und es werden nicht mehr solche Banken sein. Die zehn Leute, die auf einer Insel wohnen, und da kommt der Banker mit seinen 100 Goldstücken und er macht den Trick, indem er sie spaltet. Er spaltet nämlich nicht der Insel 100 und sagt, ich hole mir in einem Jahr 110 zurück. Das wäre leicht. Da würden alle sagen, das geht ja nicht, von dem man die her, wenn du der Monopolist bist, wir können ihm keine Goldstücke zeigen. Du hast das Geldschöpfungsmonopol. Du willst nach einem Jahr mit 10% Zinsen, 110 Goldstücke, gibst uns aber nur 10. Zur Verschleierung bilden sie Unternehmen rechtliche Einheiten, die sie gegeneinander kämpfen lassen, damit sie sich das Geld für die Zinsen, die sie nicht geschöpft haben, gegenseitig wegnehmen. Und das nennt man dann Konkurrenz, Herr Schulmeister. Das ist die Konkurrenz, der gesunde Wettbewerb, wenn in der Wirtschaft alle um die Zinsen kämpfen, die die Banken nie als Zahlungsmittel erzeugt haben. Es geht nicht um die Werte, wenn ich als Wirtschaftsprüfer eine Hausnummer auf ein Gebäude schmeiße und sage, das ist so und so viel Wert, beweisen kann ich es eh nicht. Das ist es nicht. Damit werden die Menschen nur verdummt. Es sind die Zahlungsmittel, die nicht erzeugt werden. Und wenn jetzt nach einem Jahr die 110 Goldstücke fällig werden, 10%, dann muss einer in den Konkurs gehen, damit die anderen mit ihren, mit diesen Geldstücken den 10 ihre Zinsen zahlen können. Das ist der gesunde Wettbewerb. Wenn das nicht passiert, verschulden sich alle noch einmal, damit sie mit den neuen Schulden die Zinsen zahlen müssen und so machen sie die öffentlichen Haushalte. Und damit ist die ganze Wirtschaft eigentlich erklärt. Ich muss kurz jetzt einhaken, weil es war jetzt sehr viel an den Herrn Dr. Kuhleiser, dass das hier ausgewogen bleibt. Ich fasse es zusammen für mich als jemand, der auch nicht auf diesem Niveau über Wirtschaft nachdenkt. Sie sagen, über Geld nachdenken, gut und schön, aber zuvor ist es wichtig, pragmatisch die dringlichen Dinge zu setzen. Professor Hörmann sagt, es ist gar nicht möglich, hier Schritte zu setzen, bevor man nicht das gelöst hat, weil das das Wurzel des Übels ist. Kommen wir da auf einen Nenner? Oder wie Antwort, also bitte meine Antwort jetzt. Auf der Empirik zwischen 1950 und 1970 gab es permanente Kreditgeldschöpfung, denn Sie haben natürlich völlig recht, Geld ist Kreditgeld. Ich kann darin nichts Schlechtes erblicken, sondern ich halte es für die Voraussetzung für Wohlstand. Wenn man nämlich zurückkehrt zu einem, ich weiß nicht was, zu Muscheln oder Gold oder irgendetwas, das ist ja kein Wohlstand, das ist ja ein Wohlstand. Da kann ich nur, nein, okay, aber Wohlstand, das kann ich wirklich nur empfehlen. Nein, mir egal, also ich werde jetzt nur ganz kurz erklären, warum ein sogenanntes Fiat Money als ein künstlich geschaffenes Geld nicht per se das Problem sein kann. Der Grund liegt daran, weil es darauf ankommt, was mit dem geschöpften Geld, also mit dem Kredit, gemacht wird. Wenn, und das war eben durch die Spielanlage gesichert in den 50er und 60er Jahren oder heute in China, die Bedingungen im Wesentlichen so sind, dass mit dem Kredit eine reale Investition oder eine realwirtschaftliche Aktivität ermöglicht wird, dann habe ich bilanztechnisch gesprochen auf der einen Seite meinetwegen das Haus, also jemand geht zur Bank, nimmt sich einen Kredit, weil er sich ein Haus bauen möchte. So, er baut das Haus, er hat jetzt Schulden auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat er aber ein Haus. Wenn jemand sagen würde, zum Beispiel, ja manche Leute die Schulden an sich verteufeln, was ja wirklich mehr als grotesk ist, weil wenn es keine Schulden gibt, das ist halt völlig zu Recht, jetzt schon angeklungen, gibt es ja keine Forderungen, aber eben auch keine realaktiver. Wenn man 1945 gewartet hätte, bis sozusagen alle sich durch mühsames Arbeiten das erspart haben und mit dem Ersparten dann angefangen hätten, ein Haus zu bauen, dann weiß ich nicht, wo wir säßen. Das Fiat Money an sich, also ein Geldwesen, das elastisch angepasst ist, den realwirtschaftlichen Bedürfnissen, ist kein Problem. Was das Problem ist, hat der Film gezeigt. Wenn nämlich Kreditschöpfung passiert für ganz andere Zwecke, dann entsteht zwingend Finanzpositionen, die keine realwirtschaftliche Deckung haben. Klassisches Beispiel, der Kredit an die mittellosen Häuserbauern in Ohio und sonst wo. Da habe ich natürlich jetzt ein Financial Asset auf Seiten der Bank und dem steht eben nicht ein gleichwertiges Real Asset gegenüber, sondern nichts oder jedenfalls weniger. Dass das in eine letztlich jetzt schon die Katastrophe führen muss, das glaube ich sehr wohl. Aber bitte, und das gilt natürlich leider für die Staatsschuld. Da müssen wir uns keine Illusionen machen. Die Finanzforderungen gegen die verschuldeten Staaten weltweit haben keine realwirtschaftliche Deckung im Gegensatz zu den Finanzforderungen der 50er und 60er Jahre an den Unternehmenssektoren. Damals wurden aus den Krediten eben Maschinen gemacht. Das heißt, da ist ein realer Wert. Wenn der Staat mit den Krediten, die er aufnimmt, nur Schulen bauen würde, Infrastruktur etc., hätte ich auch reale Werte. Aber ein Wesen der Krise der letzten 20 Jahre ist, dass dem Staat die Luft ausgeht und er in immer zunehmendem Maße Transfers, Arbeitslosengeld und so weiter durch Kreditaufnahme finanziert. Und das ist in der Tat ein untragbarer Zustand, der aber daran liegt, dass die Spielanlage so ist, dass zu viele Akteure glauben, durch Tausch gegen Geld, gegen Geld, nämlich in verschiedenen Formen. Und jetzt könnte man wirklich über Geld reden und dann würde ich noch ein besonderes Geldbewerb gibt. Und zwar gar nicht geben kann in einer modernen Gesellschaft. Leider Gottes gibt es nur Financial Assets, aber kein Geld. Das ist leider etwas verschiedenes. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt sozusagen richtig der Ort ist, um quasi diese Fundamentalfragung zu studieren. Das Grundproblem ist meiner Ansicht nach, für welche Zwecke wird geschöpftes Kreditgeld verwendet und es sind Spielanlagen ganz konkret A. Denkbar, B. Empirisch verifiziert, dass sie funktioniert haben mit den bestehenden Vier-Mannesystemen, die Wohlstand, Vollbeschäftigung, soziale Sicherheit ermöglicht haben. Natürlich, was seit 1971 passiert ist, ist eine Katastrophe, die aber nicht im Geldsystem an sich liegt, sondern in der Tatsache, dass Wechselkurse, Zinssätze, Aktienkurse, Rohstoffpreise, die wichtigsten Vermögenswerte, sozusagen, einem Casino-Betrieb überführt wurden und natürlich sozusagen der Anreiz für eine deutsche Bank, ein Goldman Sachs, etc., durch Transaktionen, Derivat gegen Derivat, viel Geld zu machen, viel zu groß ist und sie machen es eben und dann entstehen natürlich riesige Bilanzverlängerungen, würde der sozusagen Rechnungswesenspezialist sagen und hinter dem Ganzen steckt nichts. Das ist das Problem, dass kein realer Wert geschaffen wird, dass das Geld elastisch sich anpasst, da sehe ich kein Problem. Zum Prozedere ganz kurz, Nico, ich möchte noch kurz was sagen, ich hätte noch eine Verständnisfrage dazu, auf die hebe ich mal jetzt für später auf, dann merke ich zu meiner Rechten hier natürlich akuten Redebedarf. Vorher aber noch der jüngste Zeitung am Podium, du hast jetzt auch schon fast wie im Club 2 ziemlich gestrampelt und kommst jetzt dran. Zuerst alles möchte ich mal kurz erklären, was Fiat Money ist. Das ist Fiat, das ist lateinisch für Eswerde, Fiat Money ist Eswerde-Gate. Das passiert, wenn der Staat, eine Zentralbank und natürlich auch die Geschäftsbank, es tut mir leid, dass ich das nicht immer dazu sage, ich würde das Wunder von Fractional Reserve Banking, Mindestreserve Bankensystem, also jede SMS erklären, die ich schreibe, wenn ich könnte, aber es ist natürlich nicht sehr einfach. Also Fiat Money, im Endeffekt kann man es im Deutschen subsumieren, als ungedecktes Papiergeld und ich befürchte, dass das sehr wohl der Kern des Problems ist. Die Tatsache, also was da in ganz vereinfachten Sachen, natürlich kann man da stattfinden, ist, dass die Zentralbank einen Zinssatz festlegt, zu diesem Zinssatz borgen sich die Geschäftsbanken Geld bei der Zentralbank und vergeben Kredite. Diese Kredite, 98%, wie Sie gesagt haben, die erschaffen das Geld und die Mindestreserve, die glaube ich, wenn ich richtig liege, im Euro-Raum bei 2% liegt, sagt, wie viel Geld muss ich eigentlich in meiner Bank liegen haben für das Geld, das ich aus der Luft schaffe und raus in den Markt gebe an Krediten. Was da passiert, ist folgendes. Die Zentralbanken geben das Geld raus. Dieses Geld geht an die Abnehmer der Banken. Die Banken kriegen das Geld zuerst und die Regierungen. Dieses Geld geht dann an die Kreditnehmer und an die Mitarbeiter des Staates und erst, wenn dieses Geld ausgegeben wird in den Markt, dieses frische Geld, dann fangen die Preise an zu steigen. Dann vergehen ungefähr 2-3 Jahre und dann fangen die Löhne mehr anzusteigen. In der Zwischenzeit wird unser aller Ruhestand verteilt. Das ist so absurd. Es ist, es ist, Entschuldigung, ich habe Sie auch nicht zerbrochen, oder? Wo steigen die Preise seit 20 Jahren? Die Inflation geht seit 20 Jahren zurück. Beim S? wir haben es noch ein Preis-Index, aber nicht, dass wir draußen waren. In 12 Jahren diese 7er-Wand-Problem gehen vielleicht zurück. Ja, ich habe verloren in die letzten 10 Jahren. Es ist wirklich ganz wichtig, wir stellen uns in die Frage, wir haben es im Fernsehen gesehen, und wir stellen uns hier die Frage, warum gibt es diese Schere zwischen Arm und Reich? Das ist der Grund, warum es diese Schere zwischen Arm und Reich gibt. Weil die Reichen zuerst das frische Geld bekommen und die Armen erst dann, wenn die Preise bereits gestiegen sind. Das ist das Wunder der Inflation. Inflation gibt es nicht und da, das in der Zeitung steht, das findet immer statt, so lange es kein Geld mit einem Anker gibt. Und das ist alles, was ich dazu gebe. das muss man sagen. Ich habe eine Replik vorgehört, jetzt, nein, keine Replik. Ich möchte gleich diese Runde noch fertig machen, dann in die Bundesrepublik. Ich möchte noch ganz kurz etwas dazu sagen. Es ist eine andere Sichtweise. Ich bin kein Verfechter der Position, es gibt richtig oder falsch in den Wissenschaften. Das muss ich gleich dazu sagen. Es gibt immer nur Interpretationsweisen und Sichtweisen. Aus meiner Sichtweise muss ich sagen, dass das heutige Geldsystem, das wir als Fiat-Mani bezeichnet haben, auch in dieser Frühphase nicht zu meiner Zufriedenheit funktioniert hat. Warum? Denn damals war Kapitalismus, Freie Marktwirtschaft dieses System. rund um den Globus noch nicht rundherum verbreitet. Das heißt, wir haben damals zu Lasten der dritten Welt gelebt und die ausgeplündert. Heute stoßen die kapitalistischen Länder direkt aneinander. Deswegen gibt es auch kein Wachstum mehr, ohne dass explizit einer dem anderen etwas wegnimmt. Deswegen muss ja auch die NATO unsere Ressourcen in anderen Ländern verteidigen und ähnliche Dinge. Das sind die Nullsummenspiele, die uns in Gefahr bringen. Die gänzlichen Nullsummenspiele. Aber die brauchen wir wie gesagt nicht. Wir haben in allen Volkswirtschaften zwei Probleme, Produktion und Verteilung. Die Produktion ist ein rein technologisches Problem. Die Verteilung ist ein politisches Problem. Das sollen sich die Menschen nach Bedarf selber friedlich ausverhandeln. Wer was kriegt. Und wir werden auf diese Art und Weise erkennen, Ökonomie braucht man in Wirklichkeit gar nicht. Was ist denn das? Ökonomie ist die Wissenschaft. Wie mache ich etwas, das es im Überfluss gibt, künstlich knapp, ab, damit ich über Preise andere ausbeuten kann. Das ist Ökonomie, kurz bezeichnet. Und diese Art von Geld ist deswegen so verachtenswert, weil es zu einer Enteignung führt. Denn, Kollege Schummeister, eines muss ich Ihnen schon sagen. Sie reden jetzt aus Sicht des Rechnungswesen, Professors. Sie reden hier von realen Werten, die Sie in Geld beschreiben, sagen im selben Moment, das Geld gibt es aber nicht, es gibt nur Financial Assets. Die Assets bewerten es aber in Dollar und Euro, wenn es den nicht gibt, was ist das dann? Also, Sie haben hier eine Tontologie, einen Zirkelschluss reinsten Wassers vor sich. Sie sagen, Geld selber gibt es nicht, nehmen es aber als Recheneinheit und verstoßen damit. Ja, egal. Es gibt auch nicht den Euro, weil er nicht definiert ist. Die Mathematik hat eine Aktion, das ist das Abzählbarkeits-Aktion. Wenn ich nicht kleine, in sich vergleichbare Einheiten vor mir habe, Meter, Zentimeter, Kilogramm, whatever, die aus einer Sichtweise gleich sind, dann kann ich sie nicht verwenden und dann mal artieren. Das ist nämlich der Punkt. Euro und Dollar sind nicht definiert. Keiner kann sagen, was das überhaupt sein soll. Wenn nämlich ein Preis, ein Wertverhältnis ist, drei Meter zu zwei Meter, dann kürzt sich die Einheit weg. Geld kann es daher aus diesem logischen Grund nicht geben. Und er war historisch, waren diese Symbole nur ein Herrschaftssymbol, weil ein König zugestimmt hat mit diesem Siegel, dass man in seinem Herrschaftsbereich nämlich Handel treiben kann. Nachdem man den Aro vertrieben hat und die Banker mächtig wurden, haben sie gesagt, das ist jetzt ein Ding an sich, mit dem gehen wir jetzt einkaufen und dann manipulieren wir den Wert. Der Wert der Wechselkurse, wenn die Spannten, da gewinnen nur die Spekulanten. Die Realwirtschaft muss sich versichern dagegen und an beiden verdient die Bank. In China, 12.000 Jahre lang, haben sie einfach nur angeschrieben, einen Wert, und die Zahlen rauf und runter gerechnet und haben dieses Trägermedium Geld dazwischen gar nicht gebraucht. Das können wir auf Knopfdruck in Betrieb nehmen im Internet. Die Systeme gibt es. Wir haben ein reines Anschreibensystem mit leistungsgedecktem Geld, man nennt das auch Wechsel. Und wir zahlen nur noch für menschliche Tätigkeit und nie für tote Materie, weil die Funktionsangepasst in der richtigen Menge und Qualität von Materialwissenschaftlern zur Verfügung gestellt werden. Und das geht. Es gibt eine amerikanische Biologie, die züchtet heute Handy-Akkus auf Virenkulturen, genauso wie Solarzellen und Antriebe für wasserstoffbetriebene Autos. Und das ist es jetzt. Da sind wir nicht nur so ein Spiel. Weil was ich in der knappen Materie in der Toten nicht finde, das lasse ich wachsen. Weil die Lebensprozesse liefern uns das. Dann können wir noch so viele Milliarden auf der Erde sein. Die neue Weltordnung wird sich umorientieren müssen. Wir werden nie zu viel. Wenn die Lebensprozesse uns das schaffen, was wir als Lebensprozesse brauchen. Aber abzähl. Nach dem Muster, es ist immer nur eine begrenzte Menge und wir werden immer mehr. Das ist der Blödsinn. Ja, ganz ständig. Das ist jetzt letzte Wortmeldung, weil wir haben jetzt nicht mehr Endloszeit. Da möchte ich noch eine Publikumsrunde machen. Ganz wichtig. Und um in diese letzte Meldung zu kommen, von mir noch eine Verständnisfrage. Wenn dieses Fiat Money, wie es der Herr Dr. Schulmeister sagt, vielleicht auch nicht so schlecht war, ihr sagt es schon schlecht war, dann stellt sich mir die Frage, warum müssen das dann private schöpfen, um damit Geld zu verdienen? Vollkommen richtig. Und nicht der Staat selber. Vollkommen richtig. Das ist die zentrale Machtfrage der Gesellschaft. Das ist überhaupt kein Thema. Geld regiert die Welt, aber wer regiert das Geld? That's the point. Also wenn Sie sagen, Herr Schulmeister, Kredit ist also nicht das Thema, nur das ist natürlich das Thema. Weil wenn Sie hernehmen, Sie verschulden sich, bauen ein Haus, dann hat natürlich die Bank, genauso wie der Staat, über die Steuern, das Exekutionsrecht in ihr Vermögen, das Sie bis dorthin geschaffen haben. Und das ist das Problem. In der Spekulation gibt es den... Die Kosten ist groß. Naja, ich sag es Ihnen dann gleich. Also mit einem neuen Geldsystem, Geld auf Leistung und nicht nur Geld auf Schuld, zum Beispiel, das wäre so eine Möglichkeit aus einem anderen Geldsystem, aber das ist dann schon vielleicht für die nächste Runde. Es gibt einen schönen, für Sie bitte zum Nachlesen, alles was Sie jetzt im Film sehen, gab es schon vor 250 Jahren. Gehen Sie ein in die Zeit, John Law, jetzt werden wir alle reich, vor 250 Jahren hat John Law die Bank Royal gegründet, die erste private Zentralbank, danach ist er abgekupfert, die private Federal Reserve und so weiter. Also natürlich ist der Kredit, die Schuldgeldschöpfung das Problem, weil er Vermögen umverteilt, und so wie wir es jetzt haben, 60 bis 80 Prozent der Bevölkerung in der Schuldenfalle ist. Das ist aber die erste Vermögensumverteilung, die zweite kommt natürlich durch den Zins. Vielleicht lassen Sie mir noch zwei Dinge sagen zur Spekulation. Mit zwei einfachen Regeln ist die ganze Blase weltweit weg. Ich brauche ein Gesetz und das kann ich in Österreich machen. Das ist immer wieder diese, ich sage wirklich, doofe Ausrede der Politik. Wir müssen das international abstimmen. Das ist natürlich ein Humbug, weil wir so so in der erste österreichischen, ich sage einmal, auf Sojabonan spekulieren dürfen. Das können wir hier abstellen. Also da brauche ich nicht irgendwen, der in Singapur zustimmt. Die zwei Regeln sind ganz einfach. Jeder darf spekulieren in Schuldgeld oder in Muscheln oder in Gold, aber nur mit 100 Prozent Eigenkapital. Dann haben Sie keine Hedgefonds, die sind in drei Monaten tot, wenn die Verträge ausgelaufen sind. Die erste österreichische oder sonstige Bank kann nicht in Foodprices oder sonst wo spekulieren und so weiter. Das wäre also die Regel, die also da einzuhalten wäre. Und dann hätten Sie also schon den meisten der Spekulationen weg vom Tisch. Lassen Sie mich für die drei Fragen, die sich jetzt an das Geldsystem, die zentralen Fragen, was du jetzt auch gestellt hast, der Betreffung des Geldschöpfen. Das ist natürlich insofern die Machtfrage. Wieso delegiert der Staat per Lizenz den Geldschöpfungsprozess aus Kredit an Private? Entschuldigung, wir sind der Staat. Wir können bestimmen, wer das Geld schöpft. Wieso schöpft das Geld nicht der Staat? Wir brauchen keine Zentralbank, das kann doch das Finanzministerium machen. Wie schaut zum Beispiel das GZB Geldringelspiel aus? Das müssen Sie sich immer vor Augen halten. Das gleiche ist mit dem IWF und mit der Aufstockung. Was ich nicht verstehe, ist auch in Ihren Aufsatz vor drei vier Tagen, Schuld plus Schuld ist Rettung. Also da schließt es bei mir dann logisch auch kurz. Also die zentralen Fragen... Keine, dass Sie die Fragen nochmal wiederholten? Ja, bei Ihrem Rettungspaket vom IWF haben Sie gesagt, wenn ich auf die Schulden der Staat jetzt zusätzliche Schulden drauf stocke, dann kann ich das ja nicht das Rettungspaket bezeichnen. Aber da können Sie ja dann antworten. In Ihrem Aufsatzvertrag mit dem Vorschlag, den Sie gemacht haben. Aber... Nein, nein, nicht Zins. Da muss ich festhalten, da gibt es jetzt durchaus... Okay, kurz... Vielleicht die drei zentralen Machtfragen noch, die wir dann vielleicht wie Geldsystem anschließend noch diskutieren können. Also wieso verschulet sich der Staat privat, wenn er selbst das Geld erzeugt hat? Also wieso? Wieso schöpfen die Reifeisen das Geld, das wir, der Steuerzahler, wo man das Geld ausbauen muss? Danach die nächste Frage, wieso verschulet sich der Staat überhaupt? Wir können das Geld erzeugen, das wir realwirtschaftlich verwenden. Wofür muss sich das alles überschulden und über die Massenenteignung der Bevölkerung laufen? Und daraus natürlich die dritte Frage, wofür, wenn der Staat das Geld selber schöpft, wird er sich selber Zinsen verrechnen? Also was soll das Ganze? Die zentrale Machtfrage ist die Frage, wieso die Banken vom Staat die Lizenz bekommen und haben das Geld zu erzeugen und die Menschen in die Enteignung zu treffen. Vielen Dank. Möchten Sie jetzt was drauf sagen oder gleich in die Publikumskonferenz? Kurzes, ich meine, wir haben in einer Gesellschaft einige Haushalte, die wollen nicht alles ausgeben, was sie einnehmen, sie wollen sparen. Die Wirtschaft kann nur im Gleichgewicht sein, wenn dieses Sparen die Form eines Kredits annimmt, mit dem eine realwirtschaftliche Aktivität tätig wird. Warum ist das so? Weil aus sozusagen dem Einkommen, das jetzt die Haushalte bezogen haben, dass sie nicht nachfragen, entsteht im Ausmaß des Sparens sozusagen, ein Nachfrageausfall. Wenn der nicht ersetzt wird dadurch, dass mit diesem Sparmittel eine Zusatznachfrage geschaffen wird, dann sind wir in einer Abwärtsspirale aller Weltwirtschaftskrise. Also steht sich die ganz konkrete Frage, welche Institution soll die Transformation machen oder die Intermediation, wie die Ehrenökonomer kompliziert sagen, also das sozusagen Kanalisieren des Sparens der einen in Investitionen der anderen. Natürlich könnten Sie sagen, das soll der Staat machen, dann hätten wir sozusagen eine staatliche General-Kreditvergabe-Agentur, die jetzt beurteilt, welche Unternehmen sind kreditwürdig und welche nicht. Es gibt halt schon in der Wirtschaftsgeschichte gewisse Entwicklungen, die nicht ganz ohne Grund vielleicht passiert sind, dass das Bankensystem entstanden ist. Ich weiß nicht, was vor 500 Jahren... Was wäre nicht passiert? Nein, das hat aber nicht damit zu tun, noch einmal. Der entscheidende Unterschied ist, wofür wird der Kredit gegeben und das hat nichts mit dem Kreditgeld an sich zu tun, sondern mit den Verwertungsmöglichkeiten des Geldes. Bitte, das ist ein Riesenunterschied. Ja, weil ich mich sehr frage mit meiner Kenntnis der Republik Österreich, ob 10.000 Beamte besser sind in der Kreditvergabe, da habe ich meine ersten Zweifel. Nein, 15.000 Beamte. Nein, bitte. Nummer, mit der Krise hat das ja noch einmal, ich habe euch, glaube ich, ziemlich schlüssig argumentiert, dass die Krise nicht mit dem Geldsystem an sich zu tun haben kann, sonst hätte die Krise auch ausbrechen müssen in den 50er und 60er Jahren. Sie ist ja... Okay, ich habe hier eine klare Gemeinde, ich hoffe nichts dagegen, aber auch meine Zeit ist beschränkt. Das heißt, wenn ich würde... Genau, da wollte ich das gerade hin, ich glaube, wir lassen es jetzt und gehen jetzt wirklich in die Publikumsrunde. Wir machen das folgendermaßen, wir haben hier ein Mikro, eines gebe ich jetzt ins Publikum, an denjenigen, der die erste Frage stellt. Ich bitte um ein einfaches Anzeichen, wenn es mehr als 10 sind, werden nicht alle drankommen. Also ich tue mir jetzt ein bisschen schwer damit zu verstehen, dass Sie nicht verstehen können, warum das Geldschöpfen mit Krediten kein Problem sein soll. Ihre Aussage war ja, wenn mit diesem Kreditgeld realwirtschaftliches geschaffen wird, dann ist das okay. Aber ich sehe da ungefähr richtig verstanden. Okay. Dein Kredit wird Geld geschöpft und dafür Zins verlangt. Dieser Zins wird aber nicht geschöpft. Na wo? Der Allwärtsscher zieht Zins? Nein, nein, nein. Ich kaufe mir ein Haus und lasse ich ein Haus bauen. Ich bekomme von der Bank Geld, wenn wir 100.000 Euro. Mit diesen 108.000 Euro lasse ich mir ein Haus bauen. Zahe dafür aber jetzt 110.000 Euro zurück. Also woher kommen jetzt diese 10.000 Euro Differenz? Dem Beispiel habe ich gemeint ganz kurz vor. Geht es darum, dass ein Kredit gegeben wird, zum Beispiel einen Unternehmer als Investition. Okay. Wenn Sie mir zugeben, dass es Investitionen gibt, die eine Rendite von sagen wir 8% abwerfen. würden Sie das akzeptieren, dass es so etwas gibt? Also aufgrund technischen Fortschritts gibt es sozusagen neue Ideen, was auch immer, Produkte, die ein Mehr erzielen. Vollkommend. Dann wird eben aus diesem Mehr, das in der realen Produktion entsteht, eine Aufteilung stattfinden. Natürlich kann man das aus politischen Gründen ablehnen, aber wir werden ja sagen, warum Dinge, die sich in der Geschichte sozusagen über Jahrhunderte entwickelt haben, vielleicht nicht ganz so blöd sind, wie sozusagen die Weltverbesserer glauben, wenn ich mir die kleine Spitze erlauben darf. Der Grund, warum es im Islam, im Christentum ein Zinsverbot gab, war, in meiner Interpretation, weil das Wirtschaftswachstum damals null war. In einer stagnierenden Wirtschaft, das ist sehr vernünftig, wenn der Zins auch null ist. In der chinesischen Wirtschaft ist der Zins jetzt schon viel zu niedrig. Da muss ich Ihnen da diese Mitte lang machen. Es wird überakkumuliert. Was heißt überakkumuliert? In China wird zu viel real investiert, weil bei einem realen Wirtschaftswachstum von 10 Prozent ein Realzins von etwa null leider Gottes zu gering ist. Warum ist er zu gering? Weil es regt jetzt zu viele Unternehmer an, immer mehr zu investieren, sodass ungefähr 40 Prozent der jährlichen Produktion Chinas wieder reakkumuliert wird. Und das ist eine sogenannte dynamische ineffizient. Also ich brauche die Zinssatz als regulativ, damit die Mittel möglichst effizient eingesetzt werden. Das ist alles. Okay. Mein Punkt aber ein anderer und zwar nochmal zu dem Beispiel zurück von dem Haus 100.000 Euro. 110.000 muss ich zurückzahlen. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann sehen Sie mir, weil auf einmal jemand mein Haus für 110.000 Euro bewertet, könnte ich das für 110.000 verkaufen und damit wäre der Zins geschaffen. Das Argument vom Zins, also meine Erklärung war klassisch aus dem technischen Fortschritt, aus der Unternehmenszeit, aus der Produktion. Okay, Produktivität. Produktivität. Nicht weil man aber Produktivität ist auch okay. Aber, 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 trotzdem, um diese Zinsen zurückzuzahlen, es wird ja immer mehr und mehr erhelfen, muss dieses Geld kommen. Ich bezahle den Kredit mit Geld. Dieses Geld muss geschaffen werden, damit ich es zurückzahlen kann. Woher soll ich kommen? Woher soll ich kommen? Ich möchte es ja verstehen. Sie sitzen in einer Gemeinschaft von Gläubigen. Ich möchte Ihren Standpunkt wirklich gerne verstehen. Aber Sie müssen mir erklären, wenn ich das mit Geld zurückzahlen soll, woher kommt dieses Geld? Aus dem Mehrertrag, den ich mit der Investition, ja, woher bekomme ich das? Mehrertrag. Aus dem Mehrertrag ist doch auch im Geld. Also, ganz langsam. Also, das chinesische Sozialprodukt, die Summe aller Güter und Dienstleistungen, die die chinesische Wirtschaft erzeugt, diese Summe wächst jedes Jahr um 10%. Also, jedes Jahr habe ich ein Mehr an Produkten, und zwar ganz schön viel mehr, um 10%. Aus diesem 10% kommt ein gewisser Teil, ob gerecht oder nicht, ist eine zweite Frage, an die Kreditgeber. Da ist es schon, weil eben mehr produziert wurde. Ja, natürlich. Aber da kommt das Geld auch in 10% jetzt. Ja, das Preisniveau ist konstant. Aber jetzt versuchen Sie doch nicht zu verstehen. Es ist nämlich sehr einfach. das Bruttoinlandsprodukt China sei 1000 im letzten Jahr gewesen und es ist heuer 1100. Bei konstanten Preisen heißt es, im Ausmaß von 100 sind mehr Güter und Dienstleistungen da, es ist ein Mehrertrag vorhanden. Das ist jetzt egal, es geht ja jetzt um das Gedankenexperiment. Und aus diesem Mehrertrag erfließt ein zusätzliches Verteidungsproblem, das natürlich nicht auf den Markt gelöst ist, sondern politisch, das gebe ich Ihnen schon recht. Ich sage nur, dass sozusagen etwas da ist, aus dem ich den Zins bezahlen kann. Das ist alles. Ich gehe weiter zur nächsten Frage. Ja, wir vergleichen einmal eine gesamtheitliche Betrachtung, ein Gesamtsystem und auf der anderen Seite individual einen Teil daraus. Ich glaube, darin liegt die Schwierigkeit. Da könnte helfen die Nomenklatur, die auch die Nationalbank verwendet, nämlich zwischen Bankensektor und Nicht-Bankensektor. Wovon Sie gesprochen haben, die ganzen Unternehmen zusammen, ist der Nicht-Bankensektor, weil der sozusagen macht kein Geld und dann gibt es eben den Bankensektor, der mit Geld arbeitet. Jetzt kommt von den Banken Kredit an einen oder an mehrere Unternehmer, ist ja wurscht. Und die müssen aber insgesamt alle letztlich, weil sie Zinsen zahlen müssen, mehr zurückzahlen, als sie im ganzen Seen drinnen sind. Und die Frage ist halt, woher soll dieses Mehrgeld kommen? Ich habe natürlich über Zeit punktuell kann ich sagen, kann ein bisschen mehr rausgehen. Aber im Gesamtsystem ist nicht mehr Spielgeld da. Und dort, das ist die Frage, wenn es von Einzelnen aus betrachtet, der kann natürlich sozusagen mehr zurückgehen, wenn es den anderen Weg nimmt. Genau, das ist Monopolis. Ja, ich habe gesprochen. Das Publikum noch größer, weil ich bitte mit Entschuldigung, das ist jetzt und ich bin auch ein bisschen erschert. eigentlich wäre eh Schluss, wir überziehen jetzt eh schon. Akademisch es gehört ein Stückchen nach und dann lassen wir es gut sein, vielleicht gehen Sie noch zwei oder drei Fragen aus, bitte. die Frage zu dem kompletten Thema jetzt vielleicht kann man das Prinzip Schwundgeld oder Komplementärwährung erklären, also wo es keine Zinsen gibt auf Kredite sondern Bearbeitungsgebühren und kein Zins auf Sparantlagen das heißt das trubbelt ja den Umlauf des Geldes an. Und eine pragmatische Frage noch dazu ist es richtig dass 95% der gesamten Weltwirtschaft mittlerweile reine Finanzwirtschaft ist und nur 5% reine Realwirtschaft ist das heißt 95% spekulieren auf den Grundlagen das Realwirtschaft produziert Das sind die Geldmenge die sich um die Welt bewegen Ja Das meine ich ja Das ist ungefähr das Könnte man sagen wir brauchen keine Vollbeschäftigung sondern wir könnten eigentlich mit 10% der Arbeitszeit auskommen Wir könnten mit 5% auskommen Also es geht jetzt in Wirklichkeit ja um etwas etwas anderes Sparen kann sich ja gesamtwirtschaftlich nicht ausgehen wenn ich es auf wirkliches Geld also gedrucktes Geld beziehe und nicht auf die ökonomisch bewerteten Dinge und Leistungen und das ist ja immer das Problem das in der Ökonomie gemacht wird Man rechnet insofern mit Äpfeln und Birnen als man sagt da wächst was in der Wirtschaft das kann sein das sind tolle Produkte die mache ich schneller mit mehr Technologie daher sind sie mehr wert aber das ist kein Geld Geld gesetzliches Zahlungsmittel ist das ist ja und unter ein Problem immer noch Schein und Münze nicht einmal die Bits und Bytes im Computer der Bank das ist nur eine Forderung auf Geld ist ein gesetzliches Zahlungsmittel und da haben wir das Problem der Professor Huber in Deutschland fordert ja aus dem Grund das elektronische Vollgeld der hat nämlich ganz klar gefolgert wir hätten uns die ganze Bankenrettung sparen können wenn man gesagt hätten die Bits und Bytes in den Bankencomputern die sind in Wirklichkeit gesetzliche Zahlungsmittel gehören aber nicht der Bank sondern die ist nur Treuhänder das gehört dem Kunden auf so eine einfache Art und Weise hätten wir alle Bankenrettungspakete uns gespart aber so weit reicht die Intelligenz der Fachleute nicht die nämlich nicht Informatiker sind sondern die halt das nur aus dieser Gesamt Milchenrechnung betrachten nur ganz schnell ich möchte diese Frage vielleicht auflösen helfen Herr Schulmeister wenn wir vielleicht ein kleines wirklich ganz simples Beispiel machen wenn wir hernehmen die vier Wirtschaftssektoren Staat Außenwirtschaft Privatwirtschaft die wir unterteilen wie es wichtig ist hat die monetäre Finanzinstitute und natürlich die realen Unternehmern und dann die Haushalte haben wir vier Sektoren nur ein Sektor nämlich die monetären Finanzinstitute die Zentralbanken und die Banken erzeugen Geld keine Haushalte ich habe keinen Haushalt gesehen gehen zu einer Bank ob ihnen die Bank Geld schenkt sie geben das Geld nur über Kredit kein Unternehmer bekommt ein Geld geschenkt und der Staat verschulert sich privat bei den Banken denen er vorher die Lizenz zum Gelddrucken gibt und wenn wir jetzt das Beispiel auflösen mit ihrem Kredit dann kommen wir sofort drauf dass das natürlich nicht stimmen kann mit der Produktivität was ist denn Produktivität erzeugt natürlich kein Geld weil ein realwirtschaftliches Unternehmen kein Geld drucken kann was heißt denn Produktivität heißt Output durch Input ist ein reines Mengengerüst 100 Mannstück 100 Stunden nächstes Jahr 100 Mannstunden 103 Stück 3 war die Produktivität und jetzt können wir es auflösen Herr Schulmeister wenn ich die drei zusätzlichen Stück auf Lager produziere entsteht kein Geld und für die Firma die Produktivität ist auch kein Umsatz wenn ich die drei Stücke aber den Haushalten verkaufen muss die aber auch nur 100 Geldeinheiten haben stellt sich die zentrale Frage woher bekommen die Haushalte das Geld und dann gehen die Haushalte wieder zu den Banken die die Geldschöpfung erzeugen also diese klassische Formel Wachstum und Zins funktioniert natürlich nicht bei Wachstum wenn ein Produktivitätskennziffer ist und dem kein Geld generieren kann Vielen Dank ich habe jetzt noch zwei Fragen die nehme ich jetzt noch rein ich würde bitten das jetzt echt ganz kurz zu machen wir haben noch fünf Minuten der junge Mann der mitfiel übrigens gibt es diese Diskussion sicher auf dem Bälle auf YouTube im Video zu sehen vielen Dank auch dafür gleich mal vorab ganz schnell bitte die Frage und ganz schnell auch die Antwort die Frage wir haben von verschiedenen Systemen gesprochen und mich würde interessieren im heutigen System ist eines ganz offensichtlich Ungerechtigkeit wir haben noch immer alle fünf Sekunden stirbt ein Kind auf der Welt jetzt wie berücksichtigt dieses Problem eurer Systeme also wie löst sich diese Ungerechtigkeit also weil wenn wir jetzt auf Gold umstellen dann haben noch immer die Reichen die Goldsäcke und die Armen haben nichts zu essen also ich möchte dieses Problem gelöst wie ob das Geld heißt oder Computer Beats oder was ist mir eigentlich ziemlich wurscht da möchte ich den Nico einbinden du warst zu still und Gold ist dein Stichwort ja aber ich ich muss da leider den Fall enttäuschen ich habe absolut keine Ahnung diese Ungerechtigkeiten dass Menschen sterben oder dass Menschen schlecht gehen also ja dann stelle ich eine falsche Frage ja ganz genau wir haben jetzt ein wunderbares Beispiel danke für diesen Beitrag wir sehen jetzt ein wunderbares Beispiel was wir hier brauchen Kinder sterben werden also in diesen Ländern nicht richtig versorgt weil angeblich keine Nahrungsmittel da wären etc was brauchen wir wir brauchen dort die richtige Technologie wir brauchen das Know-how wir brauchen auch ein paar Substanzen Stoffe Geräte Apparaturen das heißt wir brauchen alles mögliche nur kein Geld also wir brauchen kein Geld in der dritten Welt um Menschen dort irgendwie zu ernähren weil die essen ja keine Scheine und Münzen nein die wollen nicht kanten die wollen essen ja das heißt dieses Wissen können wir sofort entwickeln und zur Verfügung stellen indem wir die Kreativität mit Kaufkraft belohnen die als Bits und Bytes im Computer erzeugt werden das heißt wir haben Spielregeln zum Beispiel für einen kreativen Rechnungskreis für Menschen die Probleme für andere Menschen lösen und dafür kriegen sie sofort Kaufkraft Kaufkraft auf Produkte dienen wieder andere Menschen die ihre größte Freude und Begeisterung aus der Produktion wieder möglichst effizient nachhaltig ökologisch etc dieser Stücke ziehen wir sind Gott sei Dank Menschen noch nicht so standardisiert mit unterschiedlichen Neigungen und Leidenschaften und wenn wir jeden Menschen sein Potential voll ausschöpfen dass jeder Mensch das macht was er am liebsten tut und das Ergebnis dieser Tätigkeit allgemein zur Verfügung stellt dann haben wir einen Wachstumszyklus den wir durch elektronisches Geld das sich immer verändern kann nach den Spielregeln laufend befeuern können auf die Art und Weise schaffen wir in der Vernetzung realwirtschaftliches Wachstum das weit 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 über Zinseszinseffekte hinausgeht und die Zinsen brauchen wir dann auch nicht mehr Vielen Dank allerletzte Frage es hat gemeint die Menschen mal machen die Menschen mal essen vielleicht wollen sie beides jetzt machen wir die allerletzte Frage die von dir kommt Ja ich wollte von Anfang an schon fragen es sind einige Sachen angesprochen worden und sicher genug zum reden für mehrere Stunden mehrere Tage mehrere Wochen was mir fällt es ist angesprochen worden die Frage mit dem Geld das von privaten Banken geschaffen wird das heißt wir haben einmal die Frage was ist öffentlich was ist privat was ist Staat was ist Demokratie und das andere ist dass es die Reichen die Armen und Enteignung gibt das heißt wir haben das Thema Eigentum wir haben das Thema Privateigentum und Verteilung und das hat mir ich verstehe nicht wieso man man könnte sagen unter den richtigen Umständen unter der richtigen Regulation ist Geld ein Zahlungsmittel mir kommt vor dass das Geld von dem wir bis jetzt geredet haben hat viele Bedeutungen und nicht alle müssen zwangsweise miteinander sein die Frage ist warum eine Kritik des Geldsystems und warum nicht eine Kritik der Eigentumsverhältnisse und der Rechte die man als Eigentum ableiten kann wer soll antworten alle die das interessieren alle die alle die okay dann Hermann stimmt natürlich man muss das gemeinsam betrachten das was wir momentan vor uns sehen ist ja die Problematik dass Kapitalgesellschaften die in einer Missinterpretation des 14. Verfassungszusatzes der amerikanischen Verfassung entstanden sind sich angemaßt haben Eigentum erwerben zu können nicht also man muss sich die Vorstellungen Vertrauen der Zettel Papier ist Eigentümer man fragt sich und wer hat dann Verpflichtungen die Leute die dann rechtzeitig davon rennen die haben es dann nicht die Vorstände die dann immer wie die Nomaden herumziehen und sie bei jedem Wechsel dann heftig bereichern in Zahlungsmitteln lustigerweise und so die Geldmenge aufblähen und damit für Inflation sorgen aber das brauchen sie alles nicht wissen sie kaufen sich eh nur die siebte Jacht aber im Prinzip stimmt das wenn wir nämlich in diesem Denkmodell unternehmen sind Gegenstände wie ein Sack Kartoffeln die man kaufen kann die im öffentlichen oder privaten Eigensturm stehen wir schafft die Wirklichkeit in unseren Denkmodellen das muss eigentlich einmal verstanden werden auch in einem Schulterschluss der Wissenschaft das würde ich mir wirklich wünschen es gibt keine Wirklichkeit da draußen das haben die Wissenschaftler die Hirnforscher schon längst erkannt wir schaffen sie in unseren Modellen indem wir uns modellkonform verhalten und dann ist die selbstverständliche Prophez in der Normalfall und das ist jetzt nämlich der wirkliche springende Punkt wenn wir bei dem Modell bleiben Privat eigentlich um an Unternehmen ich bin wirklich alles andere als ein Kommunist ich bin gar kein der in einer politischen Richtung anhängt aber wenn wir dabei bleiben dann wird es zu einem Aufstand kommen und dann werden viele Gruppen schreien wir müssen das wieder vergesellschaften Staatseigentum von Unternehmern und da bin ich völlig bei Ihnen Kollege Schummeister da wissen wir dass das nicht funktioniert hat und deswegen schlagen wir auch vor diese Eigentumssicht auf Unternehmen überhaupt zu überwinden wieso muss ein Unternehmen in einem Eigentum stehen wenn ich Unternehmen mir denke als soziales Netz wo einzelne unabhängige Menschen freiwillig miteinander arbeiten ist es klar dass an einem sozialen Netz kein Eigentum bestehen kann wenn ich mir vorstelle dass es ein Prozessbündel von Dingen die am Zeitstrahl erledigt werden gibt es wieder kein Eigentum es gibt nur Menschen die Leistungen einbringen und die Gegenleistungen am Zeitstrahl wieder zurückkommen wollen und das machen sie im Internet selber aus dokumentiert wenn alle zustimmen haben sie den Vertrag durch Willensübereinstimmung wie heute und dann wird das in Echtzeit auch noch überwacht und sie sind hypereffizient weil sie kooperieren statt Konkurrenz zu spielen das wäre ein Vorschlag vielen Dank Nico ein Schlusswort ich möchte mal nachdem wir wieder zurückkommen in die aktuelle Welt ich möchte nachdem es in den Medien kaum vorkommt jedem empfehlen sich einmal anzuschauen was gerade in Weißrussland passiert weil das ist nämlich genau das im Kleinen wovon wir hier sprechen da bricht gerade die Werbung und das Regime zusammen und wenn man sich genau anschaut wie die Menschen dort reagieren kann man ein bisschen was ableiten dafür wie es passieren könnte bei uns sollte es einmal zum Big Bang kommen Gerlis Daniel Estolin Schattengeister Schattenmeister Bilderberger vielen Dank für den Bulltief am Schluss vielen Dank fürs Kommen auch den Teilnehmern schön dass die Medien über das so viel berichtet hätten über diese komische Demo-Gänster danke fürs Kommen das so viel super das so viel aber jetzt die 帶e die h 의